Guten Morgen meine lieben Zuschauer zum heutigen JFT-Devisen-Radar am 12. Juli. Ich grüße Sie ganz herzlich und wir wollen heute mal ein Stück weit auf den Austral-Dollar gegenüber dem japanischen Yen schauen. Den hatten wir gestern, was sage ich, letzte Woche hatten wir den im Fokus und hatten ihn schon unter die Lupe genommen. Und heute hier, Sie sehen es mit 2% vorn, das ist eine ganz, ganz starke Hausnummer. Gestern auch schon starke Aufschläge gesehen. Nein, heute schauen wir mal hier rein. Es gab Daten aus Australien, es gab Daten aus Japan, aber insbesondere man mutmaßt hier Interventionen seitens der Bank of Japan. Denn die massive Yen-Abwertung hat hier natürlich jetzt die Folge, dass der Markt ein Stück weit jetzt hier wieder nach oben dreht. Also die Abwertung der letzten zwei Tage. Zuvor gab es ja eben hier, wenn wir gerade auf den Wochenchart schauen, eine enorme Aufwertung des japanischen Yens. Bei allen Paaren, die in Yen gehandelt werden, haben wir eine ähnliche Konstellation, dass es hier praktisch während der letzten, das hier ist der Wochenchart zum Austral-Dollar-Yen, während der letzten Jahre, insbesondere dann mit Beginn 2015, 2016 hier radikal nach unten ging. Und genau diese Situation wurde hier von der Bank of Japan natürlich jetzt zunächst immer verbal, dann auch aktiv immer mit Interventionen versehen. Und aktuell sehen wir eben auch hier die jetzige Handelswoche, dass hier sicherlich einige Einflussfaktoren aus Fernost hier dazu führen, dass neben den Konjunkturdaten, die heute positiv aufgenommen wurden, auch hier natürlich der Impuls dessen ist, dass hier die Bank of Japan den massiven Druck des Yens hier sozusagen rausnehmen will. Und interessant hierbei, und das hatten wir in der letzten Woche eben lokalisiert, schauen Sie sich das an, hier diese Support-Level bei 74,75 Yen, etwa Schrägstrich hier diese Spike-Level im Bereich von 72,75. Genau hier wurde es eben so abgearbeitet vom Markt, dass es hier zu einer Stabilisierung kam und jetzt in der laufenden Handelswoche eben hier ein schöner Erholungsimpuls. Wie bereits auch in der letzten Sendung erwähnt, haben wir knapp unter der 80 Yen-Marke einen Widerstandsbereich und dieser blaue Pfeil ist unverändert zur Analyse von zuletzt, nämlich hier mit den Chancen, dass wir hier noch ein Stück weit nach oben streben, aber dann im Bereich um 80 Yen hier möglicherweise nach unten drehen. Mein Seasonal-Indecounter hat es leider jetzt irgendwie erwischt, deswegen kann ich Ihnen das leider nicht zeigen, ist aber halb so schlimm. Wir werden das nachholen, Sie wissen aber von der Saisonalität her, hat der Austral-Dollar gegenüber dem japanischen Yen, beziehungsweise alle Paare, die in Yen gehandelt werden, werden in der kommenden Wochen eher eine stürmische See voraus. So heißen hier, die saisonale Tendenz zeigt nach unten und jetzt sind wir hier mal im Tagesschart vom Austral-Dollar gegenüber dem japanischen Yen, wo man zugeben muss, okay, der Rücksetzer hier war ein Stück weit zu tief für meinen Geschmack, aber was wir hier sehr schön sehen, ist letztlich, dass die Zone um 74, 75, Schrägstrich 75 Yen mit Bravour nochmal verteidigt wurde und jetzt strebt der Markt hier nach oben und hier die Einschätzung von zuletzt eben auch im Sinne der Saisonalität im Bereich um 80 Yen, 75, 75, 79, 75 Yen hier mögliche Short-Engagements aufzubauen und hier mal rein theoretisch ein etwa oder ein in etwa mögliches Risiko dargestellt, im Sinne zur möglichen Chance, dass es dann eben nochmal nach unten geht. Ganz, ganz interessante Austral-Dollar gegenüber dem japanischen Yen, achten Sie mal drauf, was hier im Bereich knapp um 80 Yen eben passiert, wenn es hier Umkehrmuster gibt, sei es im Bearish-Engarping, sei es Divergenzen in den untergeordneten Timeframes oder sogar auf dem Tagesschart oder beispielsweise auch ein Shootingstar, letztlich hier mögliche Umkehrsignale könnten hier durchaus einen spekulativen Charme im Sinne eines Short-Engagements auslösen. Das wäre auf jeden Fall denkbar, wenn dies ausbleibt, muss man natürlich ganz klar sagen, wenn der Preis hier weiter nach oben schießt und sozusagen der Yen wieder eine Schwäche, eine temporäre Schwächephase erlebt, der Austral-Dollar im Gegenzug hier stark nachgefragt wird, natürlich auch aufgrund der Zinsdifferenz. Australien ja hier noch relativ gut dabei mit 1,75 Prozent in Sachen Leitzins, weit weg von den früheren Niveaus, aber im Vergleich zum westlichen Bereich, zum angelsächsischen Bereich natürlich eine Riesenhausnummer und das kann natürlich auch hier weiter beflügeln und man muss natürlich Obacht geben, dass wenn der Preis hier deutlich bei 81 Yen rausgeht, insbesondere hier das Hoch vom 23. Juni bei 81,57,58 rausnehmen sollte, dann ist die Gefahr auf jeden Fall für mögliche Shorties gegeben, dass der Preis auch weiter nach oben raufziehen kann und dann werden hier durchaus Niveaus im Bereich von knapp 86 Yen möglich und da muss man sich natürlich absichern. Soll heißen, gehen Sie hier nicht unnötiges Risiko ein, um das mal kurz zu versinnbildlichen, wenn Sie beispielsweise den Stopp hier irgendwo hier oben hinsetzen, nach dem Motto, worst case wird schon nichts passieren, dann mag das hin und wieder klappen, aber Tatsache ist, im Verhältnis des möglichen Potenzials aus Sachen der Chance, Sie sehen es ja hier, rund 6%, hier 8% Risiko, das kann mittelfristig nicht funktionieren, das wird eher schwierig, denn sollten Sie dann hin und wieder mal mit so einem weiten Stopp abgefasst werden, dann ist immer die Frage, ob Sie die mögliche Chance dann auch jedes Mal wieder ausgleichen können und in der Regel ist natürlich ein Chance-Risiko-Verhältnis von über 1,52 zu suchen, also eher mehr Chancen als Risiken und hier wäre es genau umgekehrt, deswegen Obacht geben, rein technisch sollte der Stopp hier auf jeden Fall im Bereich von 81,57, 81,60 liegen, man kann auch noch ein paar Pips drauflegen, gar keine Frage, aber auf keinen Fall so überdimensioniert nach oben ziehen, das verschlechtert rein unter Money Management Gesichtspunkten natürlich enorm das mögliche Potenzial eines guten Trades und da muss man natürlich immer Obacht geben, aber zurück zum Thema, der Chart ist heiß, es könnte sich auch morgen oder auch während der nächsten Tage hier durchaus nochmals, wie gesagt, eine steigende Performance ergeben, das sieht sehr, sehr gut aus, darum heute nochmal den Austral-Dollar-Yen auf den Radar genommen, um hier nochmal darzustellen, was hier möglich ist. Täschens, wie gesagt, sehr, sehr interessant, soll es nochmal leicht Rücksetzer geben, rechne ich dennoch damit, dass die 80-Yen-Marke hier in Belde erreicht wird und da wie gesagt Obacht geben, was der Preis macht. Gut, meine lieben Zuschauer, das wäre es schon aller Kürze und Würze heute gewesen zum Austral-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag und würde mich freuen, wenn wir uns morgen wieder hören, 9.30 Uhr zur gewohnten Zeit. Bis dahin, Ihr Christian Kemmerer und Tschüss. Bis dahin, Ihr Christian Kemmerer und Tschüss.